In Teilzeit zu arbeiten ist ein großer Vorteil als Mama und als Zahnärztin. Man kann hier in Frühschichten oder in Spätschichten arbeiten. Nach der Frühschicht habe ich Zeit für meine Familie. In der Spätschicht kann ich auch vielen arbeitenden Patienten entgegenkommen, auch mal bis 20 Uhr arbeiten und habe Vormittagszeit zu Hause alles zu organisieren. Der große Vorteil ist natürlich, man kann Urlaub nehmen. Man hat den Druck nicht im Hintergrund, was passiert, wenn ich nicht da bin. Wir haben nette Kollegen, sind ein nettes Team und die Patienten fühlen sich wohl. Die Dienste sind so geregelt, dass wir entweder Frühdienste haben und ich kann mich nachmittags um meine Familie kümmern oder wir haben Spätdienste und ich kann Termine außerhalb einmal annehmen, mal zum Friseur gehen etc. Auch eigene Arztbesuche dann vornehmen und ich habe sogar einen Tag frei in der Woche, sodass ich wirklich das gut organisieren kann und für meine Familie da sein kann. Vor allem finde ich es auch richtig toll, dass wir viele Kollegen sind, also viele Zahnärztinnen und wir uns sehr gut austauschen können, wenn jemand mal auf einer neuen Fortbildung war. Es bringt jeder was Neues mit, sodass man immer auf dem neuesten Stand ist.